Trotz Corona erfolgreich im Vertrieb. Ich halte am 24. November ein Webseminar zu den fünf Basisprogrammen, die wir im TIP Vertriebserfolg für Sie erarbeitet haben. Wenn Sie als Unternehmer, als Geschäftsführer, als CEO, als Vertriebschef wissen wollen, wo die Schrauben für Ihren Vertriebserfolg liegen, kann ich Ihnen am 24. wertvolle Impulse liefern. Ich freue mich auf Ihre Teilnahme.